Das ist doch mal schön. Dann gehen wir jetzt wohl mit Cole gemeinsam in die Klapsmühle. Was hat der Cole vor? Er ist ja fast euphorischer als ich. Geh mal rein, ne? Hi! Willst du meiner Mutter? Das funktioniert immer. Hi, ich möchte zu Nora Gray. Kann ich erst ihre Erlaubnis sehen? Muss ich wirklich meinen Erlaubnisschein vorzeigen? Können wir uns vielleicht irgendwie anders einigen? Tut mir leid, alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnisschein. Super, was machen wir jetzt? Was mit Alben? Komm, geh mal in den Typen rein und sag wir haben ne Erlaubnis. Was? Erlaubnis? Ja, komm. Ich find's raus, ähm... Komm hier, mach mal, mach mal Computer. Oh, 43. Okay. Komm rein. Ja, das wird ja wohl auch noch da oben ein bisschen geschlossen sein, oder? Oh, ähm... Oh, schwammig 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 schwammig. So, ich möchte... Tür öffnen, bitte! Ja, super, das war schon mal doof. Ja, komm. Telefon, Telefon geht auch immer. Komm hier. Muss ich dann gleichzeitig den Knopf drücken? Knopf drücken. Knopf drücken. Knopf drücken. Knopf drücken. Knopf drücken. Knopf drücken. Das geht ja alles nach kurzer Zeit wieder, was soll ich denn machen? Die Radio ist doof. Es muss irgendwas geben. Hm. Danger, keep. Auf. Stromausfall. Ah, dann geht doch auch die Tür da hinten nicht auf, oder? Sehr gut, ey. Jetzt mach die Tür auf. Das kann eigentlich nicht gehen. Aber... Komm schon. Es muss irgendwas geben. Ja, es gibt einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, eine Kaffeemaschine. Fernsehen. Er hat eine Tischtennisplatte. Die hat so auf diesen Dings hier geschielt irgendwie, aber auch nicht. Tja. Da war was. Ach, wir dürfen nicht entdeckt werden. Erstmal Kamera aus. Gibt's hier noch mehr? Scheinbar nicht. Können wir jetzt die Tür öffnen? Vielleicht von der anderen Seite? Auch nicht? Hm. Was soll's hier geben? Ich weiß es nicht. War er da schon? Da ist ein weiterer Gang. Oh mein Gott. Komm ich so weit und kann den Typen hier irgendwie bezürzen, dass er mir... Nein, er ist zu weit weg weg. Was ist damit? Kann ich doch schon mal vernichten, die Kamera. Er ist zu weit weg. Okay. Oh Gott, wo bin ich jetzt wieder? Hier, ey. Boah. Stühle. Die konnte ich gerade noch nicht bewegen. Ich weiß nicht, was das jetzt wieder so großartig bringen soll. Kann ich den Feuerlöscher vielleicht durch die Gegend schmeißen? Ich kann mit dem Stuhl auch nicht irgendwie hier so gegen die Fensterscheibe böllern. Ach doch, das hat er gehört. Ach ja, okay. Und bitte einmal in diesen Mann rein. Yeah. So, der macht uns jetzt mal freundlicherweise die Tür auf. Danke. Und hinterlässt uns auch noch die Karte. Das ist doch mal... Oh. Die Karte werden wir noch in dem Zimmer von der Mutter brauchen, schätze ich mal. Achso, und natürlich hierfür. So, Zimmer 43. Wollen wir schon... 36. Ah, scheiße. Geisteskacke machen wir Angst. Finden wir Zimmer 43 und dann weg hier. Ja, ja. Muss ich mit Aiden nochmal ein paar Kameras zerstören? Oder ist das jetzt, ähm... Oh Gott, das hört sich echt gruselig an. Ja, der Cole, der geht einfach hier vor und, ähm... Ist ja egal, wenn man entdeckt wird. Ähm... Also macht das nix, wenn die Kameras, ähm... 39... 42... Ja, hätte ich ja auch die Abkürzung grad nehmen können. Ja, er rennt mal gekonnt dran vorbei. Komm, so schlimm kann's doch nicht werden, oder? Wir gehen rein. Ja. Ja. Ja.